Jo Leute, David von iDesignish hier. Heute mal mit einem kleinen Basic-Tutorial und zwar sehr essentiell für jeden 3D-Artisten und zwar wie ihr denn so einen unendlichen Raum kreieren könnt. Das heißt, von jeder Seite praktisch sieht das ein bisschen geil aus und es passt wunderbar um 3D-Modelle auszustellen und einfach irgendwelche Objekte, die ihr habt, eine Szene zu setzen. Das geht ganz fix und ich zeige euch das mal ganz kurz. Also ihr geht auf dieses Lichtsymbol und dann auf Boden. Wenn ihr das als Trainer würdet, also durch meine Auflösung sieht man das hier nur am oberen Rande. Das ist der Hintergrund, der ist schwarz und der Boden ist grau. Selbst das heißt, wenn wir da jetzt eine Textur draufpacken, sieht es immer noch sehr sichtbar aus. Also Hintergrund schwarz und halt die Textur auf dem Boden. Darum machen wir die Textur lassen wir mal. Und zwar, doch, kurz mal weg. Dann machen wir uns kurz einen Hintergrund und kriegen wir uns jetzt mal eine Textur. Das heißt, wir machen jetzt mal bei Farben einen Farbverlauf. Farbverlauf gehen wir rauf und dann implementieren wir das ganz kurz. Das heißt, wir gehen hier auf dieses schwarze Ding. Rechte Maustaste und umkehren. Damit müssen wir das nicht mal weit machen. Dann machen wir das schwarze. Das ist außen quasi. Also für unser Flur machen wir die mal grün, weil unser Objekt sollte halt passen zum Hintergrund. Deswegen machen wir uns gleich ein grünes Objekt. Das heißt, wir machen irgendwas hier so. Und dann bei weiß machen wir hier ein grünes Objekt. Aber ein sehr mint grün. So, dann packen wir uns da rauf. Na, und eins noch. Da rauf gehen wir nochmal auf Material. Farbverlauf und das machen wir als Kreis. Ähm, Kreis. So, jetzt habt ihr, wenn wir das rendern, seht ihr schon, haben wir einfach nur die Polygone, also jedes einzelne Polygone Ersatz quasi. Ähm, also jedes einzelne Polygon, also jedes einzelne Kästchen hat eine Textur. Deshalb gehen wir hier bei Textur. Bei Text Fläche und zwar gehen wir auf das Tag, das Symbol, dann erst der Gegend zurückhalten und einfach hochziehen. Dann habt ihr skulptiert. Wenn du das jetzt jetzt, wenn du das jetzt, wenn du das jetzt, wenn du das jetzt, rendern, seht ihr hier der Händelgrund, der ist auch grün und unser Flow ist auch grün. Passt allerdings noch nicht so ganz. Deswegen gehen wir auf grün. Rechnung, Maustaste, äh, Cinema4D Tags, Render, dann gehen wir auf Hintergrund Compositing. Also, dass so ein Haken gesetzt ist. Dann gehen wir auf dieses Tag, erst der geht wieder und hochziehen. So ist es auf beiden. Und, voila, möchte es, seht ihr, da gibt es jetzt keine Unterschiede. Das heißt, das ist jetzt quasi ein Raum. Jetzt passen wir noch die Ränder an, weil das sieht ja noch nicht so gut aus. Und zwar, wir gehen auf Ausgabe, gehen wir auf 1080p. Das heißt, Video 1080p. Und wenn wir das jetzt rendern, dann haben wir sowas hier. Das sieht doch schon mal echt gut aus. Jetzt machen wir uns noch ein Objekt. Und zwar machen wir uns einfach eine Kugel, nichts dramatisches. Das war doch nur zum Zeigen. Äh, mit der Maustaste, damit wir das genau auf den Boden setzen können. Dann, ja, machen wir uns dann so eine Textur. Gehen wir hier bei Farbe. Machen wir ein, was machen wir da mal, damit es ein bisschen nach irgendwas aussieht. Teilt. Das heißt, wir gehen auf Opeltische, damit das ist so eine Wellenlinie. Seht ihr jetzt. Also, machen wir gleich. Gehen wir auf. Bei Kacheln machen wir nicht Kacheln, sondern können wir etwas anderes auswählen. Na, gucken wir mal Wellen. Machen wir mal Wellen 2. Was ist Wellen 1? Mal sehen. Ja, okay, gut. Ist wurscht. Ja, dann wechseln mal kurz die Farben, damit es halt passt, optisch. Machen wir helle Farben. Das heißt, äh, büpp, 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 ähm, also, na, was haben wir da? Also, weiß. Dann machen wir mal ein ganzes Rot. Ja, okay. Also, ganz knallige Farben. Dann machen wir ein Grün. Und, ja, gut. Dann machen wir ein Blau. So, auch nicht wurscht. So, dann gehen wir auf Spiegelung. Spiegelung machen wir einfach in ein Fenel. Also, ihr könnt ja die Texturen und die Objekte anpassen, wie ihr wollt. Ist sehr egal. Ich sage euch das einfach nur anhand des Flores hier. Dann kopieren wir die Kugel mal ganz kurz. Jetzt ziehen wir hier eine hin. Die Kugel machen wir ein bisschen größer. Ja. Setzen wir hier auf den Boden. Hier eine Kugel und da eine Kugel. Ja, okay. Die Kugel ist ein bisschen groß. Ich glaube, die machen wir ein bisschen kleiner. Ja. Und dann gehen wir auf unsere Voreinstellungen. Gehen wir auf Effekte, Army Occlusion, Global Illumination. Global Illumination machen wir bei der Strahlentiefe auf 3. Gamma auf 1,3. Damit es einfach eine bessere Qualität ist. Dann nehmen wir uns ein Licht. Das Licht ziehen wir uns mal einfach noch hoch. Machen bei Schatten weich. Ja, lassen wir das mal so. Dann machen wir uns noch ein Licht. Das ist Lightning. Also, am besten wäre es, wenn ihr vielleicht habt, die Grassky-Gerilla. Der hat immer ganz coole Lichter, Light Effects, also Lightrooms und sowas. Könnt ihr die Lichter nehmen. Ansonsten macht ihr irgendwas, was euch gefällt. Ihr müsst es halt gut ausleuchten. Das heißt, wir haben das jetzt in Licht gemacht. Das machen wir in ein Array rein. Das heißt, dass es geklont wird quasi. So wie ihr es sehen könnt. Radius werden wir natürlich in diesem Fall größern. Jetzt gucken wir mal. Dann rendern wir das mal ganz kurz. Und voilà. Das sieht doch schon mal echt cool aus. Bin ich auch überrascht. Wenn ihr jetzt, also wenn das Rendern zu lange gedauert habt, könnt ihr auf Vorerstellung nochmal gehen und einfach die Global Emission runterstellen. Das heißt, ihr geht auf den Cache, geht bei Nüttel, stellt euch das auf die Nitric ein. Dann geht das ganz schnell. Wenn euer PC jetzt nicht so flott ist. Ansonsten. Also von der Qualität macht es jetzt keinen großen Unterschied. Deshalb, wenn ihr halt einfach einen kleinen, nicht so schnell PC habt, dann stellt es am besten runter. Und dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Also das heißt, ihr könnt es mal an allen Seiten nehmen. Ihr habt jetzt sowas beispielsweise. Das heißt, ungefähr von 45 Grad Winkel aus. Habt dann sowas. Oder halt, ihr macht es mehr oder weniger ein bisschen von oben. Könnt jetzt aufgrund des Lightnings jetzt nicht so gut aussehen. Ja doch, okay, sieht auch gut aus. Habt ihr sowas. Oder ihr, also ihr könnt hier von quasi von jedem Winkel, den ihr wollt, habt ihr letztendlich den selben Hintergrund. Was halt einfach die Sache ungemein leichter macht. Um einfach Dinge zu präsentieren. Könnt ihr vielleicht von der Nähe Seite ausleuchten. Ich denke mal, hier ist das ein bisschen zu hell. Ich mach das mal, beziehungsweise ein bisschen höher einfach. Ja, unser Licht. Wo haben wir das? Ja, da oben machen wir es vielleicht trotzdem mal 70. Oder 80. Noch mal 80. Und gucken wir mal. Ja, okay. Sieht doch ganz gut aus. Ja, und so könnt ihr einfach rum spielen mit euren Objekten. Und das ist einfach, denke ich, wirklich das Basic, was man so ein bisschen wissen muss. Sei es für Kunden oder für irgendwas, für diese Präsentation. Sieht es einfach ungemein cool aus und lässt sich einfach überall verwenden. Ihr solltet aufpassen, dass die Farben sich nicht gegenseitig stechen. Das heißt, ich habe grün genommen bei meinen Objekten. Wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, ich kann das halt immer anpassen. Das heißt, gehe ich auf die Farben von unserem Farbverlauf von unserem Hintergrund. Ich wechsle das jetzt in ein, sagen wir mal, was haben wir da mal, ähm, orange Ton. Das heißt, in ein dunkel orange und meinetwegen in ein hellen orange. Weil ihr solltet das immer, damit es halt einen guten Effekt haben, immer so als Vignette haben, also dunkel und hell. Denn ihr solltet aufpassen, dass euer, also das sieht jetzt auch okay aus dem Weg bestehen. Aber ihr solltet darauf achten, äh, weil es mir aufgefallen, dass wenn ihr halt einfach von eure Objekte, von den Farben her, dass es halt nicht passt mehr im Hintergrund. Und dann sieht das ganze Ding einfach doof aus. Das heißt, ihr solltet ein wenigstens eine Farbe im Objekt haben, damit es halt gut aussieht. Oder halt, ihr macht einfach plattes Weiß, beziehungsweise sowas, wie ich es jetzt habe. Das sieht auch ganz gut aus. Ansonsten würde ich sagen, äh, das war's soweit. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr konnte das lernen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, könnt das Video auch gerne mal teilen und einen Daumen noch umgeben. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, Peace und bis dann.